Meine geliebte Saskia, als ich dich zum ersten Mal erblickte, wurde ich von deiner Schönheit überwältigt, aber noch mehr faszinierte mich dein wunderbarer Charakter. Du bist jemand, der die kleinen Dinge im Leben schätzt und Freude in den einfachsten Gesten findet. Du hast mich gelehrt, dass wahre Glückseligkeit in den liebevollen Berührungen, den warmen Umarmungen und den herzlichen Worten liegt, die wir einander schenken. Ja, dann haben wir uns unsere Liebe offenbart. Und nun ist endlich der große Tag gekommen. Du kamst zu einer Zeit in meinem Leben, in der ich mit so einer besonderen Person wie mit dir nicht gerechnet hatte. Und das war das Beste, was mir je in meinem Leben passiert. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, gelacht und geweint. Du tust immer dein Bestes, um die Lücken, die durch den Verlust von ABBA entstanden sind, zu füllen. Und das war das Beste, das war das Beste, das war das Beste, Begratungen und grobten Großartigkeit? Wir haben mich nicht mehr überregen, sondern ihn in einem deinen finden. Anandakumar, der Ehenschließung mit Lain Sivabalanda. Unsere Liebe ist Tag zu Tag stärker geworden und hat uns zu dem Punkt gebracht, an dem wir heute stehen. Heute feiern wir mit unserem Lieblings. Lass uns weiterhin die kleinen Dinge im Leben schätzen und gemeinsam eine Liebe aufbauen, die stark genug in Liebe ohne Hingabe sein sei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Am I the one to blame 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 Das war's. Das war's. Das war's.